Warum ich die Starbucks-Aktie leider verkaufen musste. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und ja, manchmal ist es im Leben so, dass immer dann, wenn es gerade am schönsten ist, man auch die Fähigkeit besitzen muss, aufzuhören. Im Falle von Starbucks bedeutet das leider, dass ich mich von der Aktie getrennt habe, auch wenn ich weiterhin absolut vom Unternehmen und seinem zukünftigen Erfolg überzeugt bin. Aber, und weil es ja häufig so ist in unserer Community, dass viele Leute immer ihre Aktienkäufe besprechen, aber wenig ihre Aktienverkäufe, dachte ich, ich mache heute mal wieder ein Video dazu und begründe das Ganze. Wir sehen also jetzt hier Starbucks gerade mal bei 62,6 Euro. Das heißt für alle Leute, die sich jetzt nur für die ganz schnellen Fakten interessieren. Ich habe damals vor ungefähr anderthalb Jahren Starbucks gekauft. Allerdings habe ich alles hier in Dollar gekauft. Das spielte jetzt beim Verkauf auch wiederum eine Rolle. Da gehe ich dann aber später nochmal kurz drauf ein. Und zwar habe ich einen Durchschnittskurs damals, ich habe insgesamt zweimal gekauft, von ungefähr 49, 50 Dollar gewichtet gehabt. Und jetzt ist ja die Aktie vor allem im letzten Quartal und auch Anfang dieses Jahres richtig nach oben gestiegen. Von, ja, im untersten Punkt unter 50 Dollar, da hatte ich leider nicht gekauft, auf jetzt mittlerweile 70,8 Dollar. Und ich habe für 70,6 Dollar verkauft. Das heißt, ich habe eine Rendite von ungefähr 25 Prozent gemacht. Hatte damals 7500 Euro investiert. Das heißt, jeder kann sich ausrechnen, dass hier einige schöne 1000 Euro bei rausgekommen sind. Und zusätzlich kam zwischendurch noch die ganze Dividende immer rein, mit der ich mir dann sämtliche Ventilates finanzieren konnte. Und das waren schon mal die simplen, einfachen Fakten. Die spannende Frage ist natürlich jetzt, warum habe ich die Aktie gekauft? Gehen wir mal einfach auf die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten und so weiter von, nicht schon Netflix hätte ich jetzt fast gesagt, von Starbucks ein. Da sehen wir dann zum Beispiel hier in der letzten Review, dass Starbucks im Endeffekt ganz viele neue Sachen tut, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Sie setzen neue und innovative Technologien ein, um beispielsweise die Stores immer effizienter und besser zu machen, dass das Kundenerlebnis besser wird. Und wie viele Leute auch gemerkt haben auf der ganzen Welt, muss man auch da wirklich aktiv dran arbeiten. Es ist überhaupt nicht so, dass so ein Franchise, ob nun selbst betrieben oder halt mit Franchisenehmern von selbst läuft. Das merkt man auch immer wieder, wie gravierend die Unterschiede teilweise sind, was die Servicequalität angeht. Man geht in den USA in einen Starbucks rein und es ist wirklich unter aller Katastrophe und man denkt sich, alter, wer managt hier diesen Laden? Und dann wiederum geht man woanders. Es ist relaxed, entspannt, es geht schnell, es geht fluffig, es schmeckt gut und alles ist prima. Das heißt, das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Und also Technologie, ja, dann ganz viel, was sie jetzt tun, ist mit Starbucks Delivery, dass sie zum Beispiel auch mit Uber kooperieren. Oder dass du dir immer einfacher per App direkt dein Starbucks schon vorbestellen kannst, ihn nur noch in der Filiale abholen brauchst, also nicht mehr so lange anstehen musst. Dann die Reward-Programme sind auch ziemlich genial, die Starbucks hier aufgesetzt hat. Das heißt, sie schaffen es schon immer wieder neue, nicht nur Märkte zu erschließen, sondern auch neue Dinge zu tun. Jetzt gibt es zum Beispiel auch noch den Deal mit Nestle und so weiter, um eben neues Wachstum zu produzieren. Aber wenn ich mir das eben auch alles anschaue und auch hier mir die Guidance anschaue, dann sehe ich im Endeffekt immer, und das sehen wir hier zum Beispiel unten, dass wir ein Umsatzwachstum von ca. 7 bis 9% anstreben. Des Weiteren, ich hatte es hier ein bisschen weiter oben, genau, soll der Nettozuwachs an neuen Stores ungefähr zwischen 6 und 7% liegen. Und die Store-Sales insgesamt bei 3 bis 4% Wachstum jährlich. So, das heißt, Starbucks ist, auch was die Bilanz betrifft, was den Burggraben betrifft, meiner Meinung nach ein top, solides, geiles Unternehmen. So, das Problem ist einfach, es ist für meine Analyse und für meine Auffassung aktuell zu teuer. Denn ich gucke nicht einfach nur bei einem Unternehmen auf das KGV hier, was in diesem Fall bei Starbucks ja schon ziemlich hoch ist, mit jetzt auf den erwarteten Gewinn für das aktuelle Jahr von 25 durch den starken Anstieg hier. Ich gucke vielmehr immer auf das PEG-Ratio, also auf das Kurswachstumsverhältnis. Und wenn ich mir hier Starbucks anschaue, dann sehe ich, dass dieses Kurswachstumsverhältnis mittlerweile schon bei über 2,2 liegt. Okay, das heißt, Starbucks wächst, aber sie wachsen meiner Meinung nach, was den Umsatz und den Gewinn angeht, nicht so stark, dass es diese aktuelle Bewertung rechtfertigen würde. Ja, da reicht mir einfach irgendwie ein zusätzlicher Läden von 6 oder 7% nicht aus. Da reicht mir auch nicht ein Umsatzanstieg aus von irgendwie 6 bis 10% und auch nicht ein Gewinnwachstum von 10%, denn dieses Gewinnwachstum kommt vor allem auch deswegen zustande oder Gewinn pro Aktienwachstum, da halt Aktien auch häufig zurückgekauft werden. Und wenn ich mir dann anschaue, dass es andere Unternehmen wie zum Beispiel Facebook hier gibt mit einem PEG-Ratio von unter 1, wo also der Kurs und das aktuelle Kursgewinnverhältnis niedriger sogar ist als das von Starbucks, aber Facebook viel besser wächst insgesamt, dann ist das einfach für mich immer eine Sache von Opportunitätskosten, dass ich mir sage, egal wie gut das Unternehmen es ist, es ist nicht zu jedem Zeitpunkt immer ein gutes Investment für mich. Und wenn ich jetzt die Starbucks-Aktien nun mal angucke in meinem Depot und mir die Frage stelle, würde ich, wenn ich jetzt dieses Geld, diese 7500 Dollar oder so rausnehme, beziehungsweise in diesem Fall waren es ja dann schon 9400 Dollar, ich blende das Ganze mal mit dem Verkauf hier im Hintergrund ein und ich stelle mir die Frage dann immer einfach, wenn ich jetzt nicht die Aktie hätte, sondern das Geld, würde ich dann die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt kaufen, wenn ich sie mit allen anderen Aktien, die ich noch zur Verfügung habe, vergleiche? Und die simple Antwort darauf war einfach nein. Und da finde ich, ist es ganz wichtig als Investor, dass man auch, wenn man Unternehmen einfach richtig liebt, wenn man so gerne Kunde ist, wenn man so gerne mit Jonathan in New York oder im Trump Tower oder in L.A. oder wo auch immer dorthin geht, dann bin ich auch weiterhin gerne Kunde und verschaffe euch durch meinen Kaffeekonsum dort auch gerne eure Dividende, die ihr euch verdient habt, aber dann ist die Aktie einfach für mich zum jetzigen Zeitpunkt einfach zu teuer. Und genau das Gleiche, ich hatte es ja schon zum Ende des letzten Jahres angekündigt, dass ich Starbucks mal ins Review nehme und so, genau das Ganze mache ich übrigens bei allen Aktien. Und hier fand ich den Spruch von Horst Lüning ziemlich gut, den er im Video damals gesagt hat zusammen, dass er gesagt hat, jede Aktie muss ich immer wieder aufs Neue bei mir ihren Besitz verdienen sozusagen. Und das Gleiche mache ich übrigens auch mit Netflix aktuell, dass ich mir zum Beispiel Netflix die Zahlen genau anschaue und dass ich mir genau überlege, okay, Netflix aktuell auch ziemlich hoch bewertet wieder, schon gehen schon so langsam wieder in Richtung All-Time-High und wo ich mir auch überlege, okay, jetzt wo dann bald mal wieder Disney irgendwann ihre eigene App launcht und je nachdem wie dann der Markt das weitere Wachstum von Disney, von Netflix einschätzt, kann es dann eben immer mal wieder passieren, dass bei einem Unternehmen wie Netflix, wenn die Zahlen, die rauskommen, nicht ganz so geil sind und so wieder übertreffen, dass alle vollkommen ausrasten. Ich meine, man muss sich das Ganze nur mal anschauen, ja. Das Forecast für das erste Quartal 2019 ist ja noch nicht durch, ne. Und da haben sie jetzt zum Beispiel, was die Global Streaming Paid Memberships angeht, ne. Da haben sie ja von Quartal 3, 18 auf Quartal 4, 14, schaut mal hier, ja, satte 9 Millionen Kunden dazu gewonnen. Und wenn ich mir jetzt angucke, sie erwarten für das nächste Quartal schon wieder 9 Millionen Kunden. Das ist natürlich ein unfassbares Wachstum, was Netflix hier hinlegt. Und deswegen bin ich auch so unfassbar dankbar, dass ich die Aktie früh genug gekauft habe, weil ich habe schon echt richtig geile Renditen mit Netflix immer wieder gemacht, ja. Aber man muss natürlich auch schauen, was ist eben, wenn das einmal wieder verfehlt wird und die Aktie aber in der Nähe vom All-Time-High notiert, dann besteht halt immer die Gefahr einer starken Korrektur. Und da spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, zum Beispiel sich zumindest von einem Teil der Aktien zu trennen. Bei Starbucks war es jetzt in diesem Fall einfach die komplette Aktie, die ich verkauft habe. Also alle irgendwie 152 Stück oder so, die ich hatte. Aber das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass ich Starbucks irgendwie scheiße finde. Und das bedeutet auch nicht, dass ich sie nicht zu einem Preis, der vielleicht wieder ein bisschen weiter unten ist, wieder erneut zurückkaufe. Ja, soviel zum Thema Starbucks. Ihr könnt euch übrigens auch, falls es euch interessiert, mal von Jonathan die Starbucks-Aktien-Analyse durchlesen. Jonathan hat bei allen Aktien Premium, muss ich wirklich sagen, einfach richtig, richtig tolle Arbeit geleistet, was die gesamte Plattform angeht. Also hier in dieser Premium-Analyse kann man sich zum Beispiel genau mal seine Analyse zu Starbucks durchlesen. Er ist da sogar ein bisschen optimistischer, sagt, er findet die Aktie verhaltenswert. Hat aber auch eben anhand zum Beispiel von Peter Lynch gesagt, Starbucks ist nur ein Average Grower. Und er hat eben auch anhand seiner Free Cashflow-Berechnung, wo haben wir sie? Die Discounted Cashflow, wo haben wir sie nochmal? Hier unten irgendwo. Eben einen inneren Wert der Starbucks-Aktie ausgerechnet, der eben nicht ganz dem aktuellen Börsenwert entspricht. Nämlich er kommt hier bei seiner Berechnung auf 55 Dollar pro Aktie. Und das ist auch so ungefähr der Wert, den ich für mich errechnet habe. Und wo ich gesagt hätte, diesen Anstieg, den Starbucks jetzt gemacht hat, mit dem habe ich eher so in den nächsten paar Jahren gerechnet und nicht so schnell. Und deswegen, da Starbucks im Endeffekt so stark gestiegen ist, habe ich das Ganze jetzt verkauft. Und ihr könnt euch die komplette Premium-Analyse von Jonathan einfach mal durchlesen. Ich habe direkt hier unter diesem Video einen Link dazu. Das ist so bei aller Aktien Premium. Man kann das Ganze 30 Tage lang komplett kostenlos testen. Sich all die ganzen Analysen auch mal anschauen. Das Beste ist, dass man die auch noch als Podcast runterladen kann. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so viel Zeit hat, sich diese ewig langen Texte, die sind schon verdammt ausführlich durchzulesen, kann man sich das Ganze auch immer hier, und das ist auch meine präferierte Art und Weise, wie ich das Ganze konsumiere, hier als Podcast zum Beispiel runterladen. Und nur dann, wenn man zufrieden ist nach 30 Tagen, zahlt man dann in Zukunft ab den 30 Tagen 20 Euro pro Monat. Wie gesagt, es ist aber ganz easy einfach auch kündbar, genau wie bei Netflix, wo man keine Lust mehr hat, zahlt man auch nicht dafür. Ich finde es einfach richtig geil, was er da für Arbeit macht, und deswegen mache ich auch herzlich gerne Werbung dafür. So Leute, ich bin schon im Schnitt des Videos und habe eine Sache noch vergessen zu sagen. Ich meinte ja, ich sage noch kurz was zu Währungen. Und zwar, als ich Starbucks damals gekauft habe, das war so hier in diesem Bereich, schaut mal, da war der Euro-zu-Dollar-Kurs bei 1,15 Dollar etwa, hier in diesem Korridor. Und jetzt ist dann natürlich der Euro immer stärker und stärker und stärker geworden. Das heißt, hier im März 2018 war 1 Euro schon bei 1,25 Dollar. Das wäre natürlich hier zum Zeitpunkt auch kein guter Verkauf gewesen für die Starbucks-Aktie, weil die ja in Dollar denominiert ist. Und jetzt aber, schaut mal hier, ist Starbucks wieder, ist nicht Starbucks, sondern ist auch der Dollar wieder stärker und stärker geworden. Aktuell ist der Kurs ja bei 1,13. Und das spielt natürlich bei allen US-Aktien dann beim Verkauf auch immer eine Rolle. Das heißt, es war auch ein guter Zeitpunkt jetzt, was das Währungspaar angeht, sich davon zu trennen. Wenn jetzt der Dollar sehr schwach noch gewesen wäre im Verhältnis, wäre es natürlich dann jetzt nicht so eine gute Rendite gewesen, wie es jetzt war. Ja, kritische Kommentare zum Thema Starbucks. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr die Aktie im Depot? Denkt ihr euch, der Burggraben wird weiterhin fortbestehen? Ich denke definitiv ja, aber es ist aktuell zu teuer für mich. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ratzende Grüße. Ciao, ciao. Vielen Dank.